So, da ist der Nächste. Ja, und übrigens, wenn wir gerade schon beim Themenanschneiden sind, checkt doch mal die Beschreibung ab, da ist mein Twitch-Profil verlinkt. Ich habe tatsächlich bemerkt, dass einige Leute von euch vermehrt nach Livestreams gefragt haben und es ist tatsächlich geplant, dass demnächst Livestreams kommen werden, aber die werden nicht auf YouTube kommen, denn ich möchte Livestreams ganz gerne auf Twitch machen, weil ich einfach finde, dass Twitch dafür die bessere, äh, nicht Community, sondern die bessere Plattform ist. So, jetzt haben wir es. Natürlich ist auf Twitch dann wieder ein bisschen ein Neuanfang, weil ganz einfach, ja, da habe ich jetzt halt vier Follower, ne, auf YouTube sind 56 Abonnenten, also, aber das macht mir nichts, ich finde Twitch als Livestream-Plattform einfach besser und deswegen, ja. Des Weiteren, warum ich YouTube nicht als Livestreaming-Plattform, ähm, nehmen wollen würde, wäre da der Grund, das muss ich ganz genau überlegen, was ich sage, dass ich einfach finde, dass YouTube und Gaming, das hat irgendwie keine Zukunft, ähm, gerade wenn man sich mal die aktuellen Trends anguckt, also, momentan haben mehr Videos, ähm, Zukunft, oder was weiß ich, die auf Fake und Prank und, äh, Abzocke basiert sind. Ich meine, das war schon immer so, ne, das ist schon, das ist nichts Neues, das ist, ja, ist so eine Sache, die gibt es schon seitdem es AdSense gibt, ne, also, ich denke mal, da gibt es einige Leute, die sehen da besser aus, kinder als ich, aber so, in den letzten Tagen und Wochen die Trends, dass da irgendwelche illegalen Online-Casinos, ihr habt es bestimmt mitbekommen, äh, in den Trends sind irgendwie mit einem Kanal von 50 Abonnenten, oder so, in meiner Größe, ne, Kanäle, die ziemlich suspekt sind. Das ist halt so eine Sache, und ich finde da doch allgemein, der Gaming-Content auf YouTube, ähm, er wird weniger, irgendwie, ähm, nicht unbedingt von der Menge her, sondern von, 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 von der Nachfrage, tatsächlich. Also, so die Klicks gehen irgendwie allgemein zurück, also nicht unbedingt bei mir, weil ich bin eh noch relativ klein, was das angeht, und ich brauche mich da auch nicht groß beschweren. Aber so im Allgemeinen irgendwie, wo zum Beispiel ein Gronkh fast jede Woche in den Trends war, den sehe ich fast gar nicht mehr in den Trends, und auch von den Klicks her, finde ich, das geht bei sehr vielen Leuten, die Gaming-Content machen, stark zurück. Und das macht mir halt schon so Sorge, will ich mir jetzt auf YouTube was aufbauen, ne? In der Community, ähm, du musst irgendwann Angst haben, dass ich quasi gar kein Wachstum mehr erwarten kann. Oder wird alles gut? Das ist halt eine Frage, die ich mir stelle, ne? Berechtigt, weil ich meine, natürlich mache ich Videos, weil ich Spaß an Videos habe, aber andererseits, ich möchte auch gesehen werden, ne? Das ist eine Sache, da möchte ich gar nicht lügen, es ist halt einfach so. Ich mache nicht nur Videos, um Videos zu machen, sondern auch, um von Leuten gesehen zu werden, Feedback zu bekommen, oder allgemein noch Interaktion zu haben, den üblichen Käse, ne? Ich meine, Geld ist derzeit noch kein Thema, aber ich meine, sind wir mal ehrlich. Also, sind wir mal ehrlich. Ich könnte nicht mal monetarisieren und mit Twitch, Donations und dem ganzen Käse habe ich mich auch noch nicht auseinandergesetzt. Und wenn ich jetzt mit Livestreams anfange, es wird auch lange dauern, bis ich irgendwie Donations, ähm, einrichten werde und sowas einfach. Weil ich es derzeit noch gar nicht für nötig halte, ne? Vielleicht kann man was Hähkchen dran machen. So. Joa. Aber wie gesagt, ich finde, ähm, es gibt ja diese tolle App für Handys, so YouTube Gaming, ne? Das ist ein netter Versuch, aber ich finde irgendwie, ach, schön, dass wir daran rumbasteln, aber, ja, ist irgendwie, weißt du schon, ne? Zum einen, haja, wir machen was für den Gaming-Content, aber zum anderen, ähm, ne? Schiebt man so ein bisschen die Gaming-Community aus YouTube selber raus. Fragt mich nicht, ist bloß so ein Gefühl, aber, ja, so denke ich halt, ne? Und, ich finde da Twitch allgemein, also wenn ich irgendwie an Livestreams denke, ist es primär Twitch, weil, ganz ehrlich, ähm, ich habe schon Livestreams auf Twitch angeschaut, nicht viele und nicht vermehrt, aber damals, wusste ich noch gar nicht, was YouTube ist. Klar, man kannte YouTube, man hat es öfters mal benutzt, um Musikvideos anzuschauen und den Käse, ne? Aber so den klassischen YouTuber hat man damals auch nicht verfolgt, weil, ja, ich bin da irgendwie mit der Zeit vorbeigegangen, ich weiß auch nicht. Und von dem her, ich finde doch irgendwie, YouTube ist auch gar nicht so die Plattform für Livestreams. Die haben bis erst seit kurzem drin das Feature, dass man Livestreams machen kann. Und von dem her, ich weiß nicht. Ich werde da einfach nicht warm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt leider einfach so. Mal schauen. Was ich natürlich machen wollen würde, wäre irgendwann so Livestreams auf beiden Plattformen, also Twitch und YouTube, aber wäre bin ich, dass ich sowas machen wollen, könnten, würden. Ihr versteht doch, was ich hinaus möchte. Jo, das wird gleich spannend werden. Wir haben gleich keine Buffs mehr und ich muss noch einen Haufen Viecher zerstören. Und ich bin mindestens 70 an der Zahl, wenn es gut läuft. Das wird spannend. Nur mal, ich sneak mich gerade mal darüber. die beiden Twinblades nicht mitnehmen möchte, dann kann ich hier schon mal ein bisschen fighten. Ich weiß gar nicht genau, wo die Bow Soldiers genau spawnen. Das ist ein bisschen merkwürdig. So, da haben wir schon den ersten und den zweiten. Von denen muss ich jetzt 70 Stück killen. Das wird spannend. Wahrscheinlich haben wir an den Speeren ein bisschen Überschuss. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen werde. Bunkern, Verkaufen, Verschenken, Wegschmeißen. Ich habe noch keinen Plan. Kann ich aber mal die beiden Sachen hier einblenden. Ich ungefähr weiß, wo ich gerade stehe. Vier, sechs, zwei, okay. Wie gesagt, das sind gerade so Themen, die sich bei mir ein bisschen im Kopf drehen. Boah. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir auf Twitch folgen würdet. Auf Twitch bin ich derzeit noch nicht so aktiv. Also das Einzige, was ich mache, ist, ich bastle an der Seite rum. Also ich habe schon ein paar von diesen Banners, die man sich da einrichten kann, habe ich eingerichtet. Bin ich übrigens sehr stolz drauf. Es ist nicht das Beste. Aber es ist selbst gemacht und das finde ich natürlich klasse. Und, ja. Was ich halt auf Twitch mache, ich hoste Vodkas. Also, V-U-D. Heißt, wenn man es ausschreibt, Video on demand und bedeutet nichts anderes wie, du kannst halt ein hochgeladenes Video quasi als Livestream senden. Das mache ich zur Zeit recht häufig, recht unhäufig. Joa. Manchmal, also es gibt manchmal Tage, da mache ich es jeden Tag irgendwie, dann lasse ich aus und dann gibt es irgendwie an einem Tag fünf, sechs Folgen am Stück. Joa. Also wie gesagt, soviel zum Thema Livestreaming. Es kommt, es ist geplant und es wird vielleicht doch gar nicht mehr so lange dauern, bis wirklich aktiv Livestreams kommen werden. Und ich muss ein bisschen gestehen, ich freue mich sehr drauf, weil mit Livestreams ist natürlich mal ein ganz anderes Maß der Möglichkeiten, was du halt im Allgemeinen machen kannst. du bist nicht mehr in irgendwelche Aufnahmen gebunden irgendwie, sondern du kannst einfach losdrücken und dann geht es los. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht zu schnell dran gehen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt da einfach Knallauffall losschieße, dann bin ich nicht optimal darauf vorbereitet und das Ganze wird dann vielleicht ein Flop werden oder sowas und ich mache mich selber damit unglücklich und das muss nicht sein. Also, ich bin noch ein bisschen verschnupft, also falls ihr manchmal meine Nase hört, es tut mir leid. Sie ist auch noch da. Das ist aber bei YouTubes gleiche, also ich habe, ich meine es zu wissen, meinen Kanal am 15. Januar diesen Jahres, also 2017, erstellt. Videos kamen jedoch erst Anfang April, also ich habe bis dahin mir Zeit gelassen, Zeit gegeben, quasi auf alles klar zu kommen und alle Vorbereitungen zu treffen und dass ich dann wirklich im Januar sagen konnte, okay, so weit, so gut. Und so geht es mir momentan mit Livestreams, wobei ich sagen muss, Livestreaming selber ist nochmal ein ganz anderer Schritt, als einfach nur Videos zu machen und hochzuladen, weil du bist live, ne? Wenn ich jetzt irgendwie was Videotechnisches mache, das kann ich eventuell sogar rausschneiden, ne? Das ist nicht die Frage. Aber bei Livestreams, ne? Wenn du da technische Probleme hast, die du im Vorfeld bei Aufnahmen vielleicht sogar noch beheben kannst, irgendwie quasi das Ganze nochmal neu aufnehmen oder sowas, falls möglich, ne? Geht nicht bei allen Spielen, aber gerade bei Minecraft muss ich es neulich machen, weil mir das Bild stehen geblieben ist. Bei Livestreams geht das nicht, wenn du da eine technische Panne hast, dann, ne? merkt man, es ist live. Aber ich bin sehr gespannt darauf, wie das werden wird und ich freue mich auch schon, also wahrscheinlich mindestens genauso stark wie ihr euch freut irgendwie und danach fragt, wann Livestreams kommen werden. Ich hoffe, dass es bald machbar. Joa, so, wir haben schon, wie viele? 10 von 70 ungefähr. die Speere haben wir definitiv vorher fertig und Buffs sagen sieben Minuten. Wenn ich jetzt pro Minute zehn Stück kille, dann schaffe ich es noch. Grob. Aber ich denke mal, so 20 müssen wir ohne Buffs killen. Dann haben wir gut Quests gemacht für heute. Wir haben schon, boah, anderthalb Folgen, würde ich meinen. Bin ich schon mal stolz auf mich, ne? Ne, Spaß beiseite. Ich musste halt, ich hab blöd geschnitten bei der letzten Aufnahme-Session. Ich hätte irgendwo zweimal fünf Minuten oder sowas klauen müssen oder länger machen müssen irgendwie, damit ich diesen zehn Minuten Rest bei der letzten Folge der Aufnahme, also bei der 39 nicht gehabt hätte, aber, ja, das ist eine andere Geschichte. deswegen bloß zehn Minuten von der ersten Aufnahme oder 15. Mal schauen, wie ich schneide, weiß ich noch nicht. Und jetzt sind wir quasi in der zweiten Folge, das freut mich sehr. Die machen aber trotz Buffs schon gut Damage, also bis 150 sogar. Also drei Stück kann ich tanken, dann wird es aber eng. Dann wird es aber eng. Kam da eigentlich nicht mit... Nee, kommt erst mit 45. Also der hier ist halt ein Skill, da kriege ich ein bisschen Damage-Reduktion, da kriege ich nicht ganz so viel Schaden. Den würde ich ganz gern verfolgen beim Rest hier, da lasse ich mir ein bisschen offen. Wahrscheinlich nämlich den hier. Vielleicht noch den hier, wobei bei dem hier bin ich mir nicht sicher. Das ist eher PVP-based, also sprich gegen andere Spieler im gleichen Level. Und das ist eine Sache, auf die verzichte ich eher, größtenteils zumindest, weil die meisten Leute sind eh auf 80, 85, 90 oder sowas. Und da werde ich eine ganze Weile brauchen, um hinzukommen. Ich denke mal, 75 dürfte relativ gut machbar sein, aber 80, 85, no way. Nicht ohne irgendwelche Hilfe von externen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen ich weiß nicht. Wenn mir jemand sagen würde, jo, ich mach dich mal ganz kurz hoch auf 70, 80, sowas, würde ich sagen, ja, das ist cool, aber ich glaube, ich verzichte. Weiß nicht. Allgemein, dieses ganze Geleacher, also auch Geld zahlen, um hochgelevelt zu werden, das ist eine Sache, ich weiß nicht. Die ist zwar ganz cool, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der das nur einmal in seinem Leben gemacht hat und danach gesagt hat, äh, toll, toll. Ich habe, glaube ich, einmal eine Knight geleached gehabt, bei, das war damals noch Forest of Elements, also FOE bei den Irons, so eine CO-Party. Das war zwar ganz gut, aber ich würde es heute nicht wieder machen, zumal ich einfach die Möglichkeiten habe, ähm, quasi mich selber hochzuziehen, also, wenn ich wollte, könnte ich jetzt einfach ein paar Chars einloggen und mich selber auf Emok leachen, ne, also Emok ist quasi the place to be von 50 bis 70, was XP-Grind angeht, natürlich außer die Quests, aber so vom Prinzip her, verstehst du? Könnte ich locker machen, aber ich denke mal, im Sinne des Let's Plays werde ich es wahrscheinlich auslassen, zumal wir kommen da eh recht gut zusammen, zusammen, äh, voran, meine ich natürlich. Also, du verstehst, die Hälfte haben wir. Also, wir sind jetzt bei Folge 40 und wir haben 43 Level gemacht. Und, oh, ey, ganz ehrlich, wo sind meine Kackviecher hin, Mann? Kannst du mir nicht erzählen, dass ich jetzt, äh, die restlichen, 34 Viecher aus dem Mut zoppen muss. Kannst du mir nicht erzählen, Mann. Also, von dem her, wir sind relativ weit gekommen, wahrscheinlich weiter als noch damals, ne, zu den guten alten Zeiten, wo, äh, es plus drei Charaktere gab, maximal einen zweiten Jobchange, keine großartigen Quests, wie es heute gibt, also, sprich, tötet dies, tötet das und du sprengst 20.000 Level. Das gab's damals noch nicht. Da hätten wir wahrscheinlich mit 40 Folgen gerade mal Level 30 erreicht oder so. Ich meine, die ganzen Köpfe abgeben, was du alles machen kannst, haben wir, glaube ich, auch bisher groß noch nie gemacht. Das gab's ja damals auch noch nicht, ne, ne, also, damals gab's nur einen Weg, grinden, grinden und grinden, ne. Ich geh jetzt mal da rein. Kann ja nicht sein, dass ich hier bloß, ähm, auf dem Trocknen sitze und keine Viecher finde. Ah, super. Krieg ich den von der Stärke her? Naja, nicht relativ easy. Relativ easy eigentlich. Joach, Bosshead hat auch gedroppt. Nice, hebe ich auf, sind selten. Hier sind nämlich die ganzen Kackviecher. Also, im Prinzip sollte man hier einmal durchdüsen, alles wegkillen. Nur, das Problem ist, mit alles wegkillen, wird ein bisschen schwierig, denn so viel halte ich nicht auf einmal aus. Und die Save lohnt auch nichts, weil den Damage, den die halt über, ne, über die Distanz machen, dieses Bier in den ganzen Käse, das halte ich auch nicht aus, ne. Das wird zu eng werden. Macht nichts, lösen wir so. Ist kein Thema. Tschüss. Jut. Also, wir werden definitiv 43 erreichen. wie viel Kohle haben wir eigentlich gerade. Eigentlich relativ genug. Eigentlich relativ genug. Also, von dem her. Uh, uh, das wird eng. Ja, tu es. Tschüss. Okay. Habe ich in dem Moment nochmal einen? Nein, gut. Also. Du bist der Nächste und danach du. Gut. Ist es 48 da? Ich kann es gerade nicht gescheit lesen. Müsste 48 sein. Ja, also die letzten 20, wie gesagt, ohne Buffs dann. Wie viel Speere habe ich jetzt schon? 20 Stück. Ja, alter Schwede. Was soll ich mit den Speeren machen? Ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ich damit anstellen soll. Soll ich sie verschenken? Soll ich sie verkaufen? Habt ihr eine Idee? Ich richte mich da mal nach euch. So. Je nachdem, was ihr mir sagt, das mache ich. Einfach Speere verschenken, Speere verkaufen. Da ist eure Meinung gefragt. Oh shit. Schaffe ich die? Schaffe ich die? Ja, müsste er nicht. Jetzt habe ich halt auch keine Buffs mehr. Das wird spannend. Also eines wird auf jeden Fall ansteigen. Mein Konsum an Medizin. Aber ansonsten, ja, die machen bis zu 70 mehr Schaden. Cool Story, Bro. Gut, was willst du machen? Ich könnte jetzt auch ganz kurz in die Stadt zurückflitzen, mir neue Buffs holen oder die Mage herholen, aber seien wir mal ehrlich, das ist ein bisschen verschwendete Energie, wenn ich ehrlich bin. Das muss nicht sein. Es sind nur noch 15 Viecher. Die mache ich ja ohne Buffs. So, ich kill jetzt auch hier vorne die. Dann schaue ich immer nach draußen. Vielleicht habe ich Glück und draußen sind die wieder neu gespawnt. Dann kann ich quasi einfach draußen weitermachen. Dann muss ich mir hier keinen Stress mehr machen. So, da gehe ich nicht hin. Das ist mir zu heiß. Das sind zwei große. Drei normale. Wir müssen aber jetzt noch ein einziges Mal hier hin und zwar um 10 davon und 10 davon zu killen. Und wäre das mit Level 48? Kann das sein? 48? Ich weiß es gerade gar nicht. Mal 42, 45, 48. Müsste 48 sein. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir nie wieder hier hin. Außer wir wollen es. Aber ich habe jetzt fast 10 Level hier verbracht. Ne, lass mal. Ne, lass mal. Ich mache jetzt noch meine 10 Viecher hier fertig. Und dann werde ich noch einmal hierher kommen. Dann sind wir hier endgültig durch. Oh. Oh.